Wolle lieben und schöner Samstagssatz zum neuen Video hier aus Berlin. Ich habe echt, ich checke nicht, warum ich das Video nicht früher mal gemacht habe. Das ist ja wohl längst überfällig, aber ich kam einfach nicht drauf. Irgendwie kam ich nicht auf die Idee. Wir machen heute Goldies Undercover. Das muss natürlich, der steht ja ewig auf einer Eins bei uns im Burger-Ranking. Und natürlich müssen wir heute Undercover testen. Ich bin hochmotiviert, ich hoffe, wir können schnell jemanden finden, der uns das Ding Undercover rausbringt. Ja, und ich werde jetzt da ein bisschen schon im Undercover-Modus auch hinsteppen, gucken, ob ich jemanden finde. Wir sehen uns gleich in der Nähe vom Laden. Kurfürstendamen, die haben ja einen neuen. So, also viel wird es nicht helfen, aber ich mache mal trotzdem jetzt hier einen auf den hier. Ich halte schon mal Ausschau nach Undercover-Agenten. Also ich muss einfach nochmal sagen, was mir jetzt auf dem Herzen liegt. Das wäre echt ein Skandal jetzt, wenn das Ding, ich gucke gleich nochmal auf den Rank, ich glaube mit 9,4 ist er bewertet. Wenn er nicht zumindest einen 9 kriegt und das wäre trotzdem top, weil Burger ist immer zwischen oder generell ein Produkt zwischen 80 und 100 Prozent. So wird sich eingeladen oder zwischen 90 und 100. Wir hatten das gerade gesagt, ich labere das nur wieder nach, aber er hatte recht. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ein Produkt ist nie 100 Prozent. Du bist immer, wenn du gut bist, zwischen 80, 90 und 100 Prozent. Und wenn er jetzt zumindest einen 9 holt, alles perfekt. Ja, aber wenn er jetzt so eine, boah, so voll versaut. Leute, ich dreh durch. Ich dreh am Rad, wenn er heute voll einscheißt. Eins liegt mir noch auf dem Herzen. Er hat eure Frauen, Leute. Meine Frau ist eine Woche im Urlaub. Ich habe keine Wäsche mehr, ich habe gar nichts mehr. Also nicht, dass ich sonst gut angezogen wäre, aber ich habe meine allerletzte, älteste Hose habe ich am Start. Mit Löchern drin. Alternative wäre Anzughose gewesen und das war mir zu unbequem. Egal, wir suchen jetzt an der Cover-Agenten. Titten! Oh Mann, ey. Sogar der Typ hat Titten. Na nee, das ist kein Typ. Scheiße, die müssen wir pixeln. Die Gedanken sind ganz fest eingepflanzt für nachher zu Hause. An der Agenten wäre, oh Mann, ich bin gar nicht so schlecht. Das war ein schöner Stotterland. Merk dir, was für ein Aufreißer ich bin. Wieder zur Sache. Undercover. Agenten. Suchen wir. Na, guckt euch die Taube an, Mann. Die ist mutiger, ja. Puh, puh. Alter, jetzt müssen wir echt aufpassen. Guck mal, wir sind gleich am Start. Vorne links. Jetzt brauchen wir einen Agenten. Ich werde mich da jetzt hinter dem, kann man Transit sagen, Transit verbergen. Und hinten links um die Ecke habt ihr eben gesehen. Da ist nämlich der Goldies, der Neue. Hier, da links rein. Denkt mir immer, wenn die jetzt wüssten, dass ich hier um die Ecke stehe, Mann. Die würden jetzt Vollgas geben, glaubt mir das. Glaubt es mir. Ich will trotzdem so ein bisschen um die Ecke gehen, von da kann man mich nicht sehen. Ich will einmal nur kurz gucken. Da ist er, da hinten. Wir haben jetzt keinen super Zoom, aber da ist er, man sieht so ein bisschen gelb. Moin Chef. Brauchst du was? I don't speak German. Scheiße, ey. Ich dachte, ich frag ihn mal. Gucken, wie er reagiert. Oh Mann. Mein Kamerabruder. Hallo. Scheiße, ich dachte, der springt an, Mann. Das war eine gute Finte. Das ist schwerer, als ihr denkt, an der Coveragenten zu bekommen. Ich hab mal Agenten gesichtet, glaube ich, Mann. Entschuldigung. I can't speak German. Ah, I can't speak German. Ah, it's okay. Thank you very much. Bye bye. Scheiße, ich wollte mir den nochmal antun, den zu erklären. Was spricht hier keiner mehr? Deutsch, oder was? Was ist hier los? Leute, ich hab mal an der Coveragenten am Start. Will nicht gefilmt werden. Der holt uns jetzt einen Burger. Wir nehmen einen Super Smash. Ich schreibe das gleich auch auf dein Handy, ne? Also einen Double und einen Single Smash Burger nehmen wir. So, so läuft der Hase. Ehrenmann, jetzt geht das los. So, ich werd so jetzt in der Zeit so tun, als würd ich was kaufen mal bei Jack Wolfskin, weil das ist echt hier scheiße kalt. Und dann komm ich gleich wieder raus. Ne, danke. Ich guck nur. Vielen Dank. 100. 99 Euro. Das ist doch nicht normal, ey. Für ne Weste. Leute, wir sind am Arsch. Das ist nur Kartenzahlung möglich, ja. Puh, scheiße, ey. Scheiße, was machen wir denn jetzt, Mann? Hast du keine Karte mit und ich geb dir das Geld so? Hast du keine Karte? Ach, so eine Scheiße. Ich glaube, es geht los, ey. Nur Probleme. Oh, ich überleg, ob ich dir meine Karte gebe. Würdest du machen, wenn ich dir meine Karte gebe? Du hast noch nie mit Karte bezahlt. Ehrlich, nicht? Ich geb dir trotzdem, ich geb dir meine Karte mit. Das kriegst du, du musst nur meinen Pin eingeben. Machen wir? Okay, geil. Ich weiß, ihr werdet sagen, Holle, du bist verrückt. Aber ich scheiße, heute hab ich in die Karte gehe. Ich hab keinen Bock auf einen neuen Undercoveragenten suchen. Und glaub mir, wenn ihr den gesehen hättet, da passiert nichts. Das weiß ich, ist ein Ehrenmann. Ich hab ihn zumindest auch jetzt halt einmal abgefilmt. Weißt du, was passiert? Ich werd jetzt hier nochmal eine Zeit totschlagen, kurz einmal aufwärmen. So eine Süßigkeiten-Läden sind ja wohl der Tod, Mann. Das ist der schleichende Tod hier, der Laden. Scheiße, hier gibt's ja heftige Sachen, aber... Scheiße, ich stehe durch, ihr hattest nicht hingekriegt. Mann, ich war hier schon 100 Jahre. Ach so, doch, du hast die einfach so mitgenommen. Ja, krass. Warum haben die die nicht eingepackt, Alter? Nee, die kann ich so nicht mehr essen. Scheiße, ey, warum packen die die nicht ein? Die Burger, das gibt's doch nicht. Kann er die doch nicht so geben. Ich schwör's dir, äh, scheiße, ey. Guck mal, die geben ihnen die so mit, die Burger. Das kann doch nicht sein. Also kann ich die nicht testen, so eine Scheiße, ey. Die, du musst mir einen Gefallen tun. Klatschen die wieder auf den Tisch, sagt, du brauchst sie zum Einpacken. Die kann man nicht mehr essen. Ich bezahle nochmal, aber klatschen die dahin. Die müssen die richtig einpacken, die Burger. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich gehe da vorne rüber an die Ecke. Da bin ich schneller am Start. Aber wir brauchen nochmal den richtigen Test, weil so kann ich die Burger nicht essen. Die haben da bei niemanden eingepackt. Haben bei niemanden eingepackt? Doch, doch, die müssen doch den Burger einpacken können. Willst du snacken? Ich habe gerade einen McDonalds-Gas. Okay, dann ist schlecht. Ich überlege gerade, ob wir hier rüber gehen oder Ampel. Scheiße, wir gehen über die Ampel. Ich warte hinter den U-Bahn-Dings. Ich muss undercover bleiben jetzt. Also, so konnte ich natürlich nicht testen. Die waren komplett kalt. Und jetzt guck mal da drüben. Da drüben beim U-Bahn-Dings, genau dahinter ist das. Ich bleibe hier auf Unacover-Basis am Start. Einmal über die Straße rüber müssen die Burger performen. Alles andere macht keinen Sinn. Unser Agent stellt sich wieder an. Glaubt es mir, ihr seht immer nur das kurze Video. Das ist so ein Film, immer dieser Unacover-Test. Wenn man niemanden dabei hat, ist es Katastrophe. Übelst aufwendig. Lass den Daumen umknallen. Also, rein für die Optik kann ich ja schon mal abfilmen, weil das ist die gleiche. Meine Scheiße, jetzt fängt das sogar an zu regnen. Ich dreh am Rad, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich überlege, Leute, um das Ergebnis nicht zu gefährden, ob ich mich da rüber schleiche, genau hinter die U-Bahn-Station. Keiner wird mich sehen, keiner wird mich peilen. Also, kein Scherz. Ich glaube, das mache ich eigentlich. Ich strass gleich über die Straße rüber. Dann verstecke ich mich da und rufe ihn gleich hin, Mann. Also, das kann keiner peilen. Ich habe die Verantwortung und ihr könnt mir vertrauen. Ich sorge dafür, dass hier alles mit rechten Dingen zurecht geht. Ich kann gerade nicht reden, weil ich hier schon wieder ein bisschen aufgeregt bin. Ich glaube, ich stratze da rüber, Mann. Und verstecke mich da schnell. Peilt kein Schwein. Guckt auch keiner. Nee, 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 da guckt keiner. Also, das checkt überhaupt niemand. Ich mache das mal eben hier. So, einmal hier rüber. Tschuck, 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 tschuck. Besser ist das, Alter. Jetzt muss ich nur gucken, dass der Kollege, ich den nicht aus den Augen verlieren, jetzt stratze er sonst gleich rüber mit meinen Burgern. Ich lasse ihn gleich auch noch was da holen. Weil ich glaube, der Supersmash, das war gar nicht der, den ich hatte, sondern ich brauche einen Doublesmash. So, ich verschwick die Kamera ein bisschen, weil die sonst so auffällig ist. Guck mir vor, wir sind ein Junkie gerade, der hier kriminellen Akt gerade plant. Oh, er ist gleich dran, er ist gleich dran. Ich habe meinen Agenten im Blick. Äh, im Blick. Agent, Agent. Das ist korrekt, die, korrekt. Pass auf, den werde ich direkt slängen. Dies haben sie sogar eingepackt, geil. Pass auf, ich werde dich eben entlohnen. Warte mal eben. Äh, willst du 30 anstatt einen Zwanni? Ja. Könntest du mir noch einen dritten Burger rausholen? Das wäre geil. Ich gebe dir aber schon mal den Zwanni nicht, dass du denkst, ich ziehe dich zum Schluss ab. Scheiße, ich gebe dir das hier und du holst mir einfach noch einen Burger raus und Pfannen. Doublesmash einfach. So läuft der Hase, so wollte ich es haben. Auf damit. Da ist mein Single Smash. Ganz geschmeidig, wie man es kennt. Den snacken wir uns jetzt rein. Der letzte Affe sitzt hier so eine Scheiße, ey. Ich bin schon in den Karton für meinen Knieschutz. Ah, hier geht es los, hier geht es rund. In der Weltkruste direkt wieder Butter weich im Biss. Nicht nur Butter weich im Biss, sondern auch butterig im Geschmack. Jeder dafür bekannt, dass sie sozusagen die McDonalds-Burger nachbauen. Und du hast direkt dieses McDonalds-Feeling. Perfekte Gurken. Das sind nicht einfach Gurken. Das sind die perfekten Gurken dafür. Der ist scheiße wild, Mann. Hälftige Pfeffernote. Das ist aber nicht der, sage ich mal. Ich glaube, ich habe es im Ranking auch immer falsch gestehen gehabt mit Supersmash. Und Double Smash hatte ich. Der eben hat mir deutlich besser gefallen, weil hier zu viel Käse drauf ist. Das ist nicht 100% stimmig. Ah, der ist ja schön. Bruder, ich danke dir. Ich küsse dein Herz, Mann. Danke, danke, danke. Ich hoffe, es hat dich gelohnt. Trotzdem, bitte ich. Kusti, schönen Tag noch. Das ist der Supersmash. Bei einer zu wild, wie gesagt, da ist zu viel Thesee sogar drauf. Jetzt nochmal der Double Smash. Aber bei dem Supersmash heftige Pfeffernote im Biss, das war charakteristisch krank im ersten Biss. Let's go. Das ist so wie ein Obdachloser, der Essen geschnurrt hat und das irgendwie sich rein zwängt. Ihr kriegt schon mal die Bewertung von mir für den Supersmash und für den Double Smash. Supersmash kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Kein perfekt ausbalancierter Burger, zu viel Käse einfach. Zum Double Smash, der war krank, Kruste krank, alles krank. Aber wenn du das Gesamtfeeling siehst vom Fleisch, einfach die Gesamtwirkung. Geile Kruste auch, aber vom Geschmack hat es mich einfach nicht, um es jetzt ganz stumpf zu sagen, so abgeholt. Einfach um die Geschmacksrichtung. War nicht genau das Gesamtfeeling, auch vom Biss, vom Durchbiss, dieser perfekte Biss, den ich sonst hatte, der irgendwie so unveränderlich stark war, dass ich gesagt hätte, was willst du da besser machen? Das war diesmal nicht so. Aber es war immer noch saustark, 9 von 10 Punkten. Und jetzt gehen wir da einmal noch mal den Burgerladen einmal kurz angucken, den kleinen Stand. Und dann gibt es die finale Bewertung vom Single Burger noch. Moin zusammen, grüße euch. Hallöchen. Ich habe heute Undercover-Test gemacht bei euch. Geht es euch gut, ja? Ja. Ja, das freut mich. Kenn ich gar nicht alle aus dem Team. Viel neue, ne? Habt ihr aber gut gemacht, habt ihr stabil gemacht. Wild. Wenn man hier nochmal guckt, dieses kleine Ding hier, das ist schon ein Container, der sich gewaschen hat hier. Aber alles auf kleinem Raum. Da kommen die Burgerchen. Alles klar, meine Lieben. Macht euch einen schönen Tag, ne? Ciao, 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 ciao. So, jetzt sind wir am Start. Finale Bewertung vom Single Burger. Ich sag euch wirklich, das, was mich letztens beim Double Smash so geflasht hat, hat mich nicht mal beim Single so geflasht. Der war gefühlt perfekt. Ich hab nichts, was sich da verbessern würde. Der Biss war perfekt, der Fleisch war perfekt. Das war einfach eine Kategorie. Man müsste beinahe so eine Kategorie machen. Diese Clean Burger und diese Ekel Burger. Diese Ekel, diese Smash, diese alles zusammen, alles verbindet sich. Es ist alles eine Masse. In dieser Kategorie kannst du es schwerlich besser machen. Und ich bleibe bei meiner 9,4 Punkte für diesen Burger. Was letztes Mal der Double Smash, glaube ich, war, ist diesmal der für mich. Der war ganz krank. Bedenkt immer bei den Undercover-Tests. Nur ein Burger kann nicht repräsentativ für alle Burger sein. Es kann immer sein, dass ein Burger anders rauskommt. Komplett anders, viel schlechter. Vielleicht sogar noch besser. Wie ich vorhin gesagt habe, ein Burger, wenn er zwischen 80 und 100 Prozent immer rausgeht, ist er stark. Also an Leistung. Ich sag bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst mich gerne da oben umknallen, das war eine schwierige Mission heute. Ich bin richtig eingefroren. Und ein Kommentar da und dann sag ich bis zum nächsten Mal.